Und das kann ja so erstmal nicht, ne? U.I.N. Gereg Was ist denn da? M-M-M-A 3 1 Und bei 2 kann man erstmal wegmachen, weil ich gar nicht weiß, ob hier noch mehr Fische sind In-Ti-U Gereg Tai-Yu In-Wedge 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 Gereg In-A-J-E-R die muss ich aber erst alle wegmachen hier 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 und dann macht die da unten weg einfach nur weil und dann machen wir eben so ein Tempelchen hin so kannst du hier eigentlich schon mal den Erder Tempelbaut schon mal die Eliquien hier hin holen und dann kann ich die Fäder jetzt gleich viel schneller reinstellen können die denn überhaupt gut, wir setzen uns spezial und trifft öfter ein werden fliegende Schaden zu mit die Angriffsstärke von den Gerner und Doktor Ernten schneller durch die Angriffsstätte So ein Richtung hin pflanzen. Das ist ständig mega awesome. Nice. Dann sehen wir hier oben gleich noch mehr. Inwedge. Ja, das kann ich auch noch machen. Dann gehen wir mal hier rüber. Zum Glück habe ich nur ein Fischmuppet gemacht. Hier ist nämlich nur einmal ein Fisch. Die anderen sind hier draußen, habe ich wenig Bock drauf, wenn ich ehrlich sein soll. Du gehst mal da hin. Aber ja, soweit erst mal, schon mal schön alles geklärt. Das muss sein. Das muss noch sein. Das muss noch sein. Ja, die kann man halt auch brauchen. Die brauchen wir halt eh nicht, aber egal. Einfach nur weil. Einfach nur weil. Weil. Der ist voll ausgebaut. Der auch anscheinend. Da noch nicht. Die Geschwindigkeit von Caravan brauchen wir nicht, machen wir trotzdem. Einfach nur weil. Das ist aber auch ziemlich zügig, der Kollege. Into. Gucken wir mal wieder mal wieder hin. Das muss noch nicht vorstellen. Das muss noch mal wieder hin. Das ist durch. Das ist ja sowieso. Dann auch. Dann auch. Jetzt von 2,8 auf. Dreieinhalb. Okay. Dreieinhalb. Das muss noch mal von ihm hier mal eben so ein paar Dinger dahin klostern. Aber man muss ihn ja sehen. Schick. Die hauen jetzt richtig gut rein. Darin. Ja. Giorg. Tanjiyo. In Tiju. Hinito. Tayo. Greg. Ak. Schmeiße den mal da hin. Im Prinzip lohnt es sich jetzt gar nicht hier die Kleinen hinzustellen. Man könnte eigentlich auch hier. Nein, den schicken wir auch noch da. 3.920. Oh, okay. Dann haben wir noch so rum. So. Inito. Inito. Hier könntest du mal hinsetzen und hier läuft ja von uns keiner her. 2. Inito. 3. Jetzt kommt der 3. Jetzt kommt der Söldner. Inito. 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 Den Söldner lassen jetzt Mistviecher weg sehen. Inito. Und hier, da weiter. Hier, hier. Hier, hier. Okay, auf, oder? Da, wo wir noch sehen. 4.340. Das ist okay. Das ist okay. Englisch. Entschuldigung. Ja. Wobei. Ach. Ist schon mal so doof da rumsteht. Gereck. Ach. Gereck. 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 Ja, du kannst ja eigentlich helfen, wenn die eine gebaut und die andere nicht. Ist okay. Gereck. Gereck. Ui, die sind ja jetzt schon fast fertig. Das ist natürlich auch sehr nice. Gereck. Das freut uns doch. Gereck. 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 Seht, hat Riesenschildgräten geschickt, um Kemsis Insel zu verteidigen. Gereck. 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 Die mussten doch dann eigentlich gleich hier oben ankommen, oder? Ich hab grad voll die Idee, wenn wir jetzt hier gleich alles quasi erstmal ausgeleuchtet haben, können wir hier noch ein paar ... ... Türme hinzimmern. U-I-R Oder nicht? In-Witch-Gereck Hm... U-I-R Einfach nur weil es so schön ist. Weil wir hier nur so lustig viel erforschen können. In-Witch-Gereck U-I-R U-I-R In-Witch-Gereck U-I-R Eins, zwei, drei, vier, fünf In-Witch-Gereck U-I-R 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 Da-hin- Da-ihin- dahin- dahin Da-hin- Dahin... So Das ist hier oisch, ne? Würdest du das da sein, glaub ich. Nein. 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 Nein 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 nein... So, und wenn ihr dann hier die... ...die Tempel da alle... Ach, die Tempel, die... ...die ihr jetzt alle da hingepflastert habt... ...die stehst doch gut für uns. Sehr gut. Könnt ruhig alle hier hochfahren. Wir machen dann... Gereck. Da dran. Da dran. Nein nein, ihr könnt doch da dran. Ist da dran. Du brauchst da einen hin. Oh, schön, dass die genau wissen, wo sie hinzugehen haben. Und das zubi. In which? Gereck. Gereck. Das ist ja eine andere Kaserne. Das ist ja eine andere Kaserne. Das ist ja eine andere. Taillu. In which? In which? Ent you? Gereck. Agg. Gereck. In which? Das ist ein bütes Schale auch erreicht. Müh. 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 Erst mal den. Damit wir was sehen haben. War der schlecht. Schöne Hintergrundkreuze, wissen wir immer. Oh, da ist wieder was fertig. Gerekt. Image Gerekt. So, haben wir... Haben wir, haben wir... Taiyu. Das fehlt Gold, das ist echt nicht gut. Inwich. 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 Taiyu. Inwich. Und jetzt gibt es einen Fusswolltag. Und jetzt gibt es einen Fusswolltag. Oh, die kommen auch immer weiter runter, das ist echt gut. Und dann haben wir gleich... Hallo? Oh. Ich glaube, es häkelt bei dir. Wir können aber trotzdem noch einen da hinsetzen. Dass wir den hier hin fahren und dann da noch ein bisschen Gold holen. Das ist immer so neuer, der nicht angreift. Das ist aber nicht nett, dass du hier unseren... Initier durchgurkst. Initier durchgurkst. Initier durchgurkst. Ach. Ich hab das verbunden, ich hab' das verbunden. Initier durchgurkst. Initier durchgurkst. Imitier durchgurkst. Öhm. Es ist schön, wenn du dich jetzt an deine Bauschleife erinnerst, Kollege. Aber wahrscheinlich nicht. Oh, doch, nice. Das ist gut. 2 von euch. 2 und 3. 2 und 3. 2 und 4. 2 und 4. 2 und 4. 2 und 4. 1. 3. 4. schon wieder fleißig gearbeitet ich hole aber auch noch eine